Willkommen zurück zu Zelda Part 47. Wir haben es in das Versteck geschafft. Ich habe gegessen. Ich denke, dann bin ich jetzt erstmal satt. Versteck der Jäger. Boah, ich hasse die Jäger. Das wird eine Katastrophe werden. Geil, Holzpfeile. Was machst du hier? Das hier ist das Versteck der Banditen. Okay. Ich soll die irgendwie ablenken. Oh wehe, die sehen mich. Okay, ich versuche zu schleichen und ich weiß nicht, läuft der hier komplett rum? Ja, tut er. Lauf doch mal schneller. Aber dann ist man auch lauter, ne? Das ist nicht gut. Soll ich da jetzt drüber klettern? Ja, machen wir mal. Bevor der Typ zurückkommt. Nein, ich muss das nochmal machen. Nein, ich muss das nochmal machen. Okay, ich mache das nochmal und ich gehe jetzt andersrum. Ich nenne den Paten die Höhle der Jäger ab. Was der andere Paten heißt, Verwirrung. Das ist der, der davor aufgenommen worden ist. So, jetzt sprechen wir nochmal komplett blablabla blablabla. Soll die irgendwie ablenken? Hey, letztes waren da mehr Holzweide drin. Wo ist der denn jetzt? Wo ist der? Ich habe ein bisschen Angst. Hi. So, jetzt warte ich hier. So, ich hoffe, der sieht mich nicht. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Komm, jetzt hauen wir ab. Aber wir nehmen als Waffe... Aber man kann halt echt nicht gut gegen sie kämpfen, ne? Man ist direkt tot. So, jetzt mache ich es doch. Ich speichere davor. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich jetzt nochmal mit dem Mädel da reden muss. Oh, nicht, oder? Oh, nicht, oder? So. Das ist der Weg, den ich da immer gehe. Ja, und das ist die Treppe. Habe ich Tarnflüssigkeit oder sowas? Ich hoffe, dass das jetzt was bringt. Nein, da ist nix. 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 So, jetzt gehe ich hier lang. Die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Ach, der merkt das nicht. Wenn man ne Bombe nach dem wirft. Wie muss man das denn machen? Ja. Oh, hab ich jetzt schon wieder nicht gespeichert! Nein, 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 nein! Ich google mal eben wie das geht. Also hab ich da noch nicht mal mit gespeichert. Ich muss die Bananen benutzen. So, jetzt muss er... Oh, wartet, ich bin... Warum kann man hier grad momentan nicht speichern? Jetzt geht's. Das ist nämlich eine Schwertbanane... ...in die Hand. Ich leg die da hin. Ich glaub, der hat die Schwertbanane schon gesehen. So, jetzt schleiche ich hier vorbei. Dann steht hier... Ich brauche ein Feuerpfeil. Und dann muss ich... Das abschießen. Auf der anderen Seite, damit die Bananen runterfallen. Aber nicht so. Ich habe noch nicht vergesucht. So, dann trage ich die Bananen jetzt ein. Das hat ja... Das hat ja... Das hat ja funktioniert. Ich leg die mal hier hin, damit der die dahinter sieht. Ja, da hat die gesehen. Da ist nix. Das ist nix. Okay. Kann ich jetzt hier bitte speichern? Nee, momentan nicht möglich. Ich leg da hier einfach mal hoch. Oh, diese Musik... Ich denke mal, die haben mich entdeckt, wenn er so dip 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 macht. Warum ist das in dem Versteck so kalt? Wie geil ist das denn? Nehmen wir mal alle mit. Dann sind die alle weg. So, kann man dann speichern? Topaz! Ne, im Moment nicht möglich. Ich glaube, das war einfach dumm. Nee, das war nicht unbedingt dumm. Das war, glaube ich, einfach wirklich nur Pech. Jetzt lege ich dem die da hin. Ja, machen wir es halt so rum. Ist mir auch egal. Okay. Hm? Ja. Ja. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Sorry, ich hatte vergessen, hab grad nochmal gelesen, es wird schon noch etwas länger dauern. Achso, ne, ne, ich wollte ja hier auch. Ach, diese Musik macht mich fertig. Jetzt hat er die Bananen gesehen, dann kann man da auch wirklich einfach lang rennen. Okay, meine Waffen teilen. Die Tasche ist voll. Gut, ich hab's bis hierhin geschafft, ich hab's bis hierhin geschafft. Okay, eigentlich hab ich bisher nur den ersten Raum geschafft. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall Bananen und dann stand gerade im Internet, diesen Raum muss man jetzt auskundschaften. Du sollst rennen. Das hab ich heute bald genug, um die abzulenken. Okay, da hinten sind Wächter. Ach, das ist ja was, wir machen das jetzt einfach irgendwie. Oh, wie cool, er slidet so runter, man muss nicht nervig runterklettern. Okay. Okay, da ist der Typ. Kommt er jetzt auch mal hier irgendwie weiter hin? Kann ich die Bananen da ja auch wieder wegnehmen, oder? Oh nein, da ist auch noch einer. Nein! Nein! Ich renne jetzt einfach, ist mir scheiße. Ich habe die E-Fall-1. Ich wollte gerade sagen, sie wissen noch gar nicht, wo ich bin. Nein! Ich gucke mir jetzt ein Video dazu an, das kann ja nicht sein. Ein versteckter Jäger ist das. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gehört. Das war von der Werbung. So, jetzt wurde hier gesagt, schnell und einfach. Ich versuche das jetzt mal parallel zu machen. Okay, so weit bin ich auch schon. Der ist jetzt an dem Raum mit den Bananen. Also, so weit bin ich jetzt auch nicht, aber war ich schon. ... 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 Und fackelt der irgendeinen Bandteppich ab? Ah, von da. Und dahinter sind nochmal Truhen. Da scheiße ich ja drauf, ne? Aber dann läuft man da irgendwo hin, dann ist da eine Leiter, dann ist man wieder oben. Wo ist denn das Endziel, wo man hin möchte? So, warte, der ist ja wieder da oben. Ach, da. Ist das jetzt eine Ablenkung? Hm, so, der schmeißt eine Bombe vor dem Typen. Noch eine Bombe. Das lenkt den dann ab, dann geht der weg. Mm-hmm. Mm-hmm. Das war's für heute. Okay. Sieht ihr jetzt die Bananen? Okay. Diese Technik fand ich bis jetzt auch eigentlich ganz gut, das so zu machen. So, und jetzt probiere ich das aus, was ich in dem Video gelernt habe. Ich hoffe, das hat funktioniert. Also erstmal habe ich die Leiter so hochgeklettert, wie der Typ in dem Video. Bananen, 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 Bananen. Okay, das war dumm. Das wollte ich wirklich gar nicht machen. Das wollte ich gar nicht machen. Das wollte ich gar nicht machen. Ich konnte irgendwie nicht richtig... Ich wollte das Parasiegel benutzen. Bin ich jetzt sicher? Ja. Das wollte ich eigentlich machen. Nichts? Frag mich einfach nicht. Ich glaube, der Part ist jetzt auch hier zu Ende. Ich mache das in einem neuen Part nochmal. Okay, bis gleich. Ciao.